Darf ich jetzt nach der Cannabis-Legalisierung ganz offiziell Cannabis-Samen im Onlineshop kaufen und die bei mir anpflanzen? Das habe ich meinen Anwalt gefragt und das war seine Antwort. Ja, das ist tatsächlich jetzt erlaubt und sogar gewollt. Man soll sich seine Samen jetzt einfach mal im Ausland kaufen und dann statt so eine Pflanze dann eine andere Pflanze anpflanzen. Die Samen kannst du auch ganz legal bestellen, aber nur in Europa. Du kannst sie jetzt nicht in den USA bestellen, warum auch immer. Aber Spanien, Niederlande, Österreich, da kannst du sie bestellen. Geregelt ist das Ganze im § 4 des Cannabis-Gesetzes. Wenn du mehr zu diesen juristischen Zeugen wissen willst, dann lies dir das Gesetz selber durch oder lass dich durch einen Anwalt beraten. Wo ich meine Samen kaufe, das zeige ich dir in einem nächsten Video. Bis dahin!